Hi, mein Name ist Ronald und du bist gerade dabei zu entdecken, warum es absolut nicht deine Schuld ist, dass du Übergewicht hast. Dir hat jemand auf ganz miese Art und Weise mitgespielt und er wird dich für immer gezielt davon abhalten, dich in deinem Körper wohlzufühlen. Es sei denn, du stoppst ihn mit einem einfachen Trick, welchen ich in diesem Video mit dir teilen werde. Mach dir selbst das Geschenk, zu erleben, wie es ist, einen schlanken, erotischen Körper zu haben, ohne dabei auf irgendwas, was dir schmeckt, verzichten zu müssen. Alles, was du dafür tun musst, ist, dieses Video komplett anzuschauen. Es dauert nur wenige Minuten und wird dein Leben nachhaltig verändern. Ich muss dich warnen, dieses Video hat bei seiner Veröffentlichung die Abnehmindustrie brutal geschockt und große geldgierige Firmen haben alles getan, um es zu unterdrücken. Doch wir lassen uns nicht unterdrücken. Ich will, dass du weißt, welches böses Spiel mit dir gespielt wird. In diesem kurzen Video wirst du erfahren, wie du komplett manipuliert wirst und wie mit einer Fernsteuerung dafür gesorgt wird, dass du übergewichtig bleibst und unnötig Unmengen von Geld verschwendest. Erfahre ebenso, wie du dich aus dieser Manipulation lösen kannst, indem du den Fettverbrennungsautomatismus in deinem Gehirn aktivierst und damit ohne Verzicht und Aufwand deine nervigen Fettpilzerchen schmelzen lässt, wie Eis in der Sonne. Du wirst ebenso entdecken, wie du den Alterungsvorgang verlangsamen kannst, während du schnell und ohne Verzicht und ohne Abrackern den Körper bekommst, den du schon immer wolltest. Ich möchte, dass du mir deine volle Aufmerksamkeit schenkst, damit du keine wichtigen Details verpasst, um automatisch deinen Traumkörper zu bekommen, nachdem du dieses Video gesehen hast. Dazu müssen wir folgendes klären. Warum kämpfen heute so viele Menschen einen verzweifelten Kampf gegen Übergewicht und warum funktionieren Diäten und Abnehmerprogramme nicht? Zur Beantwortung dieser brennenden Frage schauen wir einmal zurück. In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, vor dem großen Werbezeitalter, gab es kaum übergewichtige Menschen. Die Männer und Frauen waren fit, gut genährt und hatten straffe, leistungsfähige Körper. Und damals hat sich niemand stundenlang im Fitnessstudio abgequält oder irgendwelche Wunderpillen geschluckt. Was hat sich seitdem geändert, was dazu führte, dass so viele von uns die überflüssigen Pfunde einfach nicht loswerden, egal wie hart du es auch versuchst? In den letzten 65 Jahren hat die Werbeindustrie gezielt gegen uns gearbeitet und den Automatismus für Schlankheit in unserem Gehirn gezielt deaktiviert. Ja, auch deinen. Denn an Menschen, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, kann die Werbeindustrie unglaublich viel Geld verdienen. Da werden unendlich teure Autos, Kleider und technische Geräte gekauft, nur damit die Menschen sich besser fühlen und für eine kurze Zeit vom Unwohlsein in ihrem Körper ablenken können. Macht das Sinn? Erkennst du die Zusammenhänge nun? Es ist also absolut nicht deine Schuld, wenn du dich heute nicht wohl in deinem Körper fühlst. Du bist gezielt manipuliert worden. Mit fiesen Tricks wurden mittels TV, Magazin und Radio bestimmte Teile in deinem Gehirn deaktiviert. Diese Teile in deinem Gehirn sind dafür zuständig, dass du einen fitten, schlanken und leistungsfähigen Körper behältst. Sie wurden nur einfach durch generationenübergreifende, permanente Penetrierungen gezielt deaktiviert. Auch wenn du noch jung bist, diese Deaktivierung wird automatisch von Generation zu Generation weitergegeben. Das heißt, auch wenn du selbst nicht manipuliert wurdest, du hast dies von deinen Eltern und Großeltern übernommen. Die gute Nachricht ist, du kannst diesen Automatismus wieder aktivieren und dadurch automatisch und ohne Aufwand oder gefühlten Verzicht wieder auf dein Traumgewicht kommen. Ich komme gleich noch dazu, wie dies im Detail für dich funktioniert. So viele Menschen wollen abnehmen und schaffen es, wenn überhaupt, nur kurzfristig und fallen immer wieder zurück in den Jojo-Effekt. Dabei schaffen sie es nie langfristig, ihr Wunschgewicht zu halten. Der wahre Grund ist, dass diese Menschen gegen unglaubliche Windmühlen kämpfen, weil der entsprechende Teil fürs Abnehmen in ihrem Gehirn noch deaktiviert ist und sie nicht langfristig abnehmen können. Vielleicht kennst du jemanden, dem es so geht. Oder geht es dir gar selbst so? Doch bei meinem Psychologiestudium beschäftigte ich mich genau mit diesem Phänomen und habe entdeckt, was da genau mit dem entsprechenden Teil in unserem Gehirn passiert ist und fand in meinen Tests heraus, wie man diesen mit erstaunlich einfachen Mitteln wieder aktivieren kann. Als ich das Ganze herausfand, hatte ich noch keine Ahnung, welchen bahnbrechenden Einfluss dies auf das Wohlbefinden und Selbstbewusstsein von Menschen haben kann. Um ehrlich zu sein, wollte ich es nur mal an mir selbst probieren und wandte es an. Dabei habe ich in den nächsten 60 Tagen nicht übermäßig viel Sport gemacht oder grundlegend auf etwas verzichtet. Nein, ganz im Gegenteil. Doch die Resultate waren unglaublich. Mir selbst ist es gar nicht so aufgefallen. Doch dann traf ich meine Ex-Freundin wieder, welche ich ein Vierteljahr nicht gesehen habe, nachdem sie mich verlassen hat und sie fiel aus allen Wolken. Sie meinte, wow, du siehst ja umwerfend aus. Wie hast du deinen Körper so verändert? Wie bist du plötzlich von Couch-Potato zum sexy Mann geworden? Plötzlich fing sie wieder an, an mir herumzubaggern. Ich konnte es kaum glauben. Kaum wieder zu Hause suchte ich ein paar Fotos von mir heraus, vom letzten Sommerurlaub und verglich sie mit einem Foto, was ich frisch gemacht hatte. Da fiel es mir zum ersten Mal selbst auf. Es war tatsächlich der Hammer. Kennst du dies, wenn es einem selbst am wenigsten auffällt, wenn man sich verändert? Weil man sich ja jeden Tag im Spiegel sieht, aber wenn andere einen viele Wochen nicht gesehen haben, regelrecht erstaunt sind über die Veränderung? Natürlich erzählte ich meinem Freund Rolf davon und er fragte, was ich gemacht hatte. Alles, was ich ihm sagen konnte, war, dass ich da etwas im menschlichen Gehirn entdeckt habe und einfach ein paar Neuro-Bahnen neu verknüpft hatte. Neuronen sind die Zellen in unserem Gehirn und Neuronen-Bahnen sind die Verknüpfung zwischen diesen Zellen. Das war alles und die Resultate waren unglaublich. Rolf wollte es natürlich sofort ausprobieren, denn auch er hatte das ein oder andere unangenehme Fettpölsterchen, was er schon immer loswerden wollte. Kennst du das Gefühl? Also gab ich Rolf alle Infos, die ich hatte und gab ihm einfache Übungen für sein Gehirn, mit welchen er in weniger als 15 Minuten pro Tag den Schlankheitsautomatismus in seinem Gehirn wieder aktivieren konnte, um ohne Aufwand und Verzicht wieder seinen Traumkörper zu bekommen. Diesmal wollte ich es natürlich wissen und beobachte die Entwicklung von Rolf. Nur um sicher zu gehen, dass er nicht plötzlich fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio rennt oder nichts mehr isst. Obwohl er dazu nun wirklich nicht der Typ war, wollte ich sehen, ob bei ihm die Veränderung auch so radikal und aufwandslos vonstatten ging. Denn auch Rolf hatte schon so alles mögliche an Diäten und Abnehmprogramme probiert, nur um hinterher jedes Mal wieder drei Kilo mehr als am Anfang auf den Hüften zu haben. Sicher hast du auch Menschen in deinem Umfeld, denen es genauso geht, nicht wahr? Rolf hielt sich ganz genau an meine Anweisung und über die nächsten 60 Tage verwandelte er sich von der sogenannten Bienenform hin zu einem richtig attraktiven Mann mit einem top schlanken Körper. Hier siehst du Rolf am ersten und am 60. Tag. Er schlief auch nicht mehr so viel und rief mich oft morgens an und meinte, wie toll es ihm ging und dass er schon wieder vor seinem Wecker erwachte und voll Energie geladen ist. Wer Rolf kennt, der weiß, dass er immer ewig gepennt hat und nie aus dem Bett kam. Sicher kennst du Typen, die den Wecker fünf bis zehnmal auf Snooze stellen, bevor sie sich aus dem Bett quälen. Genau dies war Rolf. Und plötzlich rief er mich morgens um 7.30 Uhr an und meinte, er hätte gerade noch etwas Zeit nach dem Zeitunglesen, bevor er auf die Arbeit muss und wollte hören, wie es mir geht. Die Resultate von Rolf waren der absolute Wahnsinn. Jetzt dachte ich, wow, hier bist du auf etwas gestoßen, was großes Potenzial hat. Ich wollte es direkt an anderen Menschen ausprobieren. Doch ich wollte es an allen möglichen verschiedenen Typen und auch an beiden Geschlechtern getestet wissen. Also starteten wir eine Studie mit einem befreundeten Professor an meiner Uni. Wir luden alle verschiedenen Menschentypen ein. Frauen um die 45, Männer über 50, junge Männer, frischgebackene Mütter, Mädels um die 20 und auch ein paar männliche und weibliche Rentner. Die einzige Bedingung war, sie mussten übergewichtig sein, unzufrieden mit ihrem Körper und mussten schon mehrfach vergeblich mit Diäten und Abnehmenprodukten gescheitert sein. Die Probanden durchliefen eine geheimen Mindset- und Psychologieübungen, wobei es sich hier keinesfalls um Hypnose oder irgendeine Manipulierung handelte, sondern einfache Denkübungen, die auch jeder selbst machen durfte, ohne dass wir etwas mit den Probanden gemacht haben. Jeder hat an sich selbst gearbeitet und die Leute hatten sichtbar Spaß dabei. Dann haben sie noch ein Ernährungstagebuch, ein paar Rezepte und effektive Sportübungen bekommen und wir haben sie in ihren Alltag entlassen. Die Essempfehlung und Sportübungen waren kein Muss für die Studie, sondern nur als optionales Hilfsmittel gedacht. Und wie zu erwarten, hat ein Großteil der Probanden es nicht genutzt. Über die nächsten 60 Tage mussten diese Menschen lediglich berichten, wie sie sich fühlen, ob sie das Gefühl haben, auf irgendwas zu verzichten, ob ihnen etwas schwerfällt und ob und wie sich ihr Körper verändert. Über die nächsten 60 Tage sind von den insgesamt 45 Teilnehmern zwei ausgefallen. Eine wurde schwanger und nahm zu und einer hatte einen Verkehrsunfall, der ihnen ans Krankenhausbett fesselte. Alle anderen 43 Teilnehmer haben ohne Probleme und nach eigener Aussage, ohne auf etwas verzichten zu müssen, nach 10 Tagen Folgendes berichtet. Sie haben im Durchschnitt ihren Bauchumfang um 6 Zentimeter verringert, 4 Kilogramm reines Fett verloren, sind drei Kleidergrößen nach unten gegangen und das in nur 10 Tagen. Nach 60 Tagen berichteten alle, dass sie völlig neue Menschen sind, sie ein besseres Lebens- und Körpergefühl haben, sie sich mehr als 10 Jahre jünger fühlen und auch so aussehen, sie rundum von allen unbeschreiblich schöne Komplimente bekommen. Sie berichteten auch, dass dies völlig mühelos geschah. Man die Resultate sofort gesehen hat, das Programm total einfach in den Alltag zu integrieren war, sie ihr Fett sozusagen im Schlaf verbrannt haben, sie trotzdem naschen konnten, ohne das Gefühl zu haben, auf etwas verzichten zu müssen. Niemand musste irgendwelche nervigen Kalorien zählen oder auf etwas verzichten, was ihm oder ihr schmeckte. Einige, wie Tanja, berichteten sogar, dass die furchtbaren Fressgelüste, welche sie seit Jahren plagten, völlig verschwunden seien. Sie sich gesunder fühlen und ihr Körper sich viel straffer und sexier anfühlt. Hier siehst du ein paar Vorher- und Nachher-Bilder aus unseren Unterlagen. Vor allem hat Monika eine fantastische Transformation durchgemacht, ebenso wie Nick. Wir waren begeistert von unserer Studie und doch dachten wir, ob das langfristig anhält? Bevor wir irgendwas unternehmen, warten wir ab und schauen, was diese Menschen sagen, wenn weitere sechs Monate vergangen sind und ob es angehalten hat oder ob doch das verdammte Jojo einsetzen wird. Und siehe da, die Nachkontrolle nach über sechs Monaten ergab, alle hatten ihr Traumgewicht gehalten oder sogar noch verbessert und waren absolut begeistert. Am meisten berührte mich der Bericht von Martha, einer 61-jährigen Dame aus Kiel. Ein Bild habe ich leider nicht zur Hand, wollte dir aber trotzdem unbedingt von meiner Veränderung berichten. Ich bin 61 Jahre alt und 1,65 groß. Ich mache das Programm nun seit knapp acht Wochen und ich bin begeistert. Hier sind meine Resultate, die für sich selbst sprechen. Startgewicht 85 Kilo. Gewicht momentan 67 Kilo. Körperfett 39 Prozent. Körperfett momentan 25 Prozent. Bauchumfang 108 Zentimeter. Bauchumfang momentan 89 Zentimeter. Ich trinke viel Wasser, circa zwei bis drei Liter pro Tag. Extreme Hungergefühle kenne ich seitdem nicht mehr und das, obwohl ich weniger esse. Doch was das Beste ist, ich kann wieder ohne Rollator laufen. Das ist so ein tolles Freiheitsgefühl. Selbst Treppen steigen geht wieder. Ich hatte mich schon aufgegeben. Jetzt lebe ich wieder. Danke, danke, danke. Deine Martha, 61 aus Kiel. Jetzt wusste ich, wir haben hier den absoluten Schlüssel zum Wohlbefinden der Menschen und vor allem dafür, dass Menschen dauerhaft und ohne Verzicht abnehmen und ihr Wunschgewicht halten können, gefunden. Natürlich rannte ich sofort raus in die Welt und wollte die gesamte Diät- und Abnehmenindustrie revolutionieren. Doch du kannst dir sicher vorstellen, was mir da an Gegenwind entgegenblies. Das Programm wurde nicht nur unterdrückt, sondern massiv bekämpft. Ständig wurde ich angegriffen. Es war natürlich auch klar, warum. Die Abnehmenindustrie ist eine riesige Geldmachmaschine. Da werden Milliarden umgesetzt mit irgendwelchen Wunderpillen, Fitnessstudio-Mitgliedschaften, Fitnessprogrammen, Büchern und so weiter. Diese Industrie lebt nicht davon, dass den Menschen ein für alle Mal geholfen wird und sie ihren Körper transformieren und schlank bleiben. Nein, da geht es darum, sie möglichst da zu behalten, wo sie sind, damit sie immer und immer wieder über Jahre und Jahrzehnte hin jede Menge ihres hart verdienten Geldes ausgeben. Und deshalb wurde dein Gehirn über viele Jahrzehnte hinweg gezielt manipuliert, damit dies auch so bleibt und du schön fleißig weiterhin Geld ausgibst, um dich wieder besser zu fühlen. Bedenke, selbst wenn du die beste magische Abnehmpille kaufst und den besten Personal Trainer buchst, sechsmal pro Woche ins Fitnessstudio gehst und auf alles verzichtest, was dir schmeckt, wirst du immer gegen diese durchgezielte Manipulation entstandene Blockade im Kopf kämpfen und dich aufreiben. Ich weiß genau, wovon ich rede, denn es ging mir früher genauso. Du wirst dich abrackern und kaputt machen, nur um am Ende doch wieder da zu landen, wo du angefangen hast oder sogar noch fünf Kilo mehr auf den Hüften haben. Dabei muss das nicht sein. Du kannst dein Gehirn mit einfachen Mitteln in eine Abnähenautomatismus versetzen, welcher dein Unterbewusstsein in Gang setzt und dieses, wie von Geisterhand dafür sorgen wird, dass du dich hundertmal wohler fühlst in deinem Körper und dass dein Körper in schnellen Schritten zu dem wird, was du schon immer im Spiegel sehen wolltest. Dazu brauchst du keine kosmetischen Dinge machen oder musst Angst haben, dass etwas mit dir geschieht, was du nicht willst. Du musst einfach den entsprechenden Teil deines Gehirns wieder aktivieren, welcher unsere Vorfahren ganz automatisch und unbewusst genutzt haben, um schlank, fit und energiegeladen zu sein. Hast du je ein Bild von einem dicken Hüllenmenschen gesehen? Nein, warum nicht? Weil schon die Hüllenmenschen diesen Teil des Gehirns aktiviert hatten. Es ist ein ganz normaler Bestandteil der menschlichen Psyche, dessen Nutzung uns nur gezielt durch die Werbeindustrie abtrainiert wurde über Generationen. Hast du dich jemals gefragt, warum Volkskrankheiten wie Schlaganfall, Krebs und Alzheimer so drastisch zunehmen? Auch dies sind direkte Folgen der Deaktivierung dieses Teils in unserem Gehirn. Wenn du also auch im Alltag gesund und fit leben willst, dann wird es allerhöchste Zeit, diesen Teil deines Gehirns wieder zu aktivieren. Wie du dies nutzen kannst, um im Alter die fiesen Gebrechen, an denen die meisten Leute leiden, um umzugehen und fit zu bleiben, dazu kommen wir gleich noch im Detail. Wie du weißt, haben wir von der Natur diesen unglaublichen Computer zwischen unseren zwei Ohren bekommen. Da ist es doch eine Schande, wenn wir diesen nicht komplett nutzen, nicht wahr? Ich weiß, dass auch du gern, schnell, mühelos und ohne das Gefühl zu haben, auf etwas verzichten zu müssen, ein paar Kilo verlieren möchtest. Damit du dich wieder so richtig attraktiv fühlst, du die Anerkennung bekommst, welche du dir wünschst und verdient hast und im Spiegel wieder den straffen, jungen Körper sehen kannst, den du dir wünschst. Nachdem du dieses Programm auch durchlaufen hast, kannst du mit einfachen Mitteln deinen Körper transformieren, ja sogar radikal verändern, selbst wenn du bisher alles versucht hast und nichts geklappt hat. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es auch für dich möglich ist, wieder 10 Jahre jünger auszusehen und morgens energiegeladen aufzustehen und von Arbeitskollegen, Freunden und von der Familie wieder bewundert zu werden. Dein aktueller Körper spiegelt nicht das wider, was du wirklich bist. Es ist nicht deine Schuld, dass du Übergewicht hast. Ganz und gar nicht. Du wurdest auf fiese Art manipuliert und ein wichtiger Teil deines Gehirns gegen deinen Willen deaktiviert. Ich fühle mit dir, denn mir ging es genauso. Bis ich mehr durch Zufall als mit Absicht in meinem Studium über die Lösung unseres Problems stolperte. Und es liegt mir am Herzen, dir zu helfen. Ich denke, es ist nur fair dir gegenüber, dich von der Manipulation durch die großen Konzerne zu befreien. Doch wie kann ich dies tun? Ich habe keine magische Pille, die ich dir verkaufen kann. Ich bin auch kein Fitnessguru, der dir ein unsagbares, teures Training anbietet. Ich bin einfach ein normaler Typ, der seit vielen Jahren, denn inzwischen ist mein Studium und die Geschichte, die ich dir eben erzählt habe, schon knapp zehn Jahre her, Menschen helfen will, ihre ungewollten Fettpölsterchen und die hässlichen Schwimmringe loszuwerden. In diesen zehn Jahren habe ich zehntausenden Menschen weltweit geholfen, mit meinem Fettverbrennungsaktivierungsprogramm Unmengen von Fett völlig automatisch und über Nacht zu verbrennen. Den Beweis dafür wirst du gleich sehen. Doch du fragst dich sicher, warum habe ich davon noch nicht im TV gehört oder in der Zeitung gelesen? Nun, ich trete mit meinem einfachen und massiv wirksamen System gegen eine milliardenschwere Abnehmeindustrie an und befreie die Menschen in Scharen von der Abhängigkeit von magischen Abnehmpillen, die sie ein Leben lang einnehmen müssen, welche sie oft sogar sehr krank und abhängig machen und gegen Fitnessstudio-Mitgliedschaften, welche sie nie nutzen. Das ist natürlich vielen finanzkräftigen Unternehmen ein Dorn im Auge und daher eine ganze Menge Gegenwind im Spiel, wie du dir vorstellen kannst. Daher biete ich mein System, welches ich 60 Day Dream Body nenne, also 60 Tage Traumkörper, exklusiv über diese Website an. Du kannst es nicht im Laden kaufen und auch nicht bei Amazon oder Ebay. Dieses System gibt es nur exklusiv hier auf dieser Webseite und es hilft täglich unzähligen Kunden, egal welche Ausgangsposition sie haben, überschüssiges Fett schnell und effektiv zu verbrennen und endlich ein Spiegelbild zu bekommen, welches sie glücklich macht. Und du weißt, wenn du tust, was Menschen getan haben, die ohne Verzicht abgenommen haben und ihr Wunschgewicht anschließend halten können, dann wirst du… genau. Mehr dazu in wenigen Sekunden. Die Anwender mit den besten Erfolgen sind sowohl männlich als auch weiblich. 14-jährige übergewichtige Kinder haben es ebenso erfolgreich genutzt wie Büroangestellte Mitte 40, junge Ärzte, die mit 35 in der Blüte ihres Berufs standen und viel Stress, aber nie Zeit hatten, sich um ihren Körper zu kümmern und auch Rentner. Mein Postfach füllt sich täglich mit neuen Erfolgsberichten. Mein ältester Kunde war 76 Jahre alt und Heino, so heißt er, schrieb mir letztens, dass er sich wieder fühlt wie mit 50 und die Treppen wieder hochsteigt wie ein junger Gott. Bedenke bitte, dass dieses Programm dich nicht für unzählige Stunden ins Fitnessstudio schickt, dich nicht zu nervigen Sit-Ups und Crunches zwingt, dich nicht hungern lässt, du auf nichts verzichten musst, was du liebst, dich keine Extrazeit kostet, sondern alles nebenbei passiert, du keine Nervenkalorienzählerei brauchst, du keine Angst vor dem berüchtigten Jojo-Effekt haben musst, es keine negativen Auswirkungen auf deine Gesundheit hat und es wirkt, egal wie deine derzeitige und gesundheitliche Situation ist, egal welche gesundheitlichen Herausforderungen du hast und egal, ob du ganze 50 Kilo oder nur die letzten 5 Kilo für ein und alle Mal loswerden willst. Das 60 Day Dream Body Programm ist so designt, dass es für jeden geeignet ist, der ein paar Kilo zu viel auf den Hüften hat und diese schnell und vor allem ein für alle Mal beseitigen will. Eine einfache Fragenkette wird dein Unterbewusstsein in einen automatischen Fettverbrennungsmodus versetzen, welcher dich ohne weiteres Zutun schlank werden lässt. Bedenke, jeder, der dem 60 Day Dream Body Programm folgt, wird automatisch und schnell Resultate im Spiegel sehen, denn wenn der Fettverbrennungsautomatismus aktiviert ist, arbeitet er automatisch über Nacht an den Problemzonen. Damit verlierst du bis zu 3 Kilo Bauchfett in einer Woche. Doch was beinhaltet das 60 Day Dream Body Programm? Das Herzstück des Programms ist der Psychologie-Teil, welcher dir hilft, dein Gehirn mit minimalem Aufwand darauf zu programmieren, den Fettverbrennungs- und Schlankheitsautomatismus, welcher tief in deinen Gehen verankert ist, wieder zu aktivieren. Er repariert quasi den Defekt, der dafür sorgt, dass du das überschüssige Fett auf deinen Hüften gepackt hast. Hier bekommst du ein komplettes Nachschlagwerk mit genauen Anleitungen zum Lesen und wenn du keine Zeit zum Lesen hast, auch die Audio-Version, welche du im Auto, im Bus oder sogar beim Saubermachen anhören kannst. Dieser Teil hilft dir, dein Gehirn wieder in vollem Umfang zu nutzen. Wie du dir sicher schon denkst, wird dies unglaubliche Auswirkungen auf dein ganzes Leben haben. Kannst du dir vorstellen, wie sich dein Arbeitsleben und auch deine Einkommenssituation verändern wird, wenn du plötzlich viel mehr Hirnleistung zur Verfügung hast? Mal dir mal aus, welchen Einfluss dies auf deine Beziehungen haben wird. Wenn du wieder mehr Energie hast und dich in deinem Körper wohlfühlst. Wie wird sich das auf dein Sexleben auswirken? Wie werden dich andere Menschen wahrnehmen, wenn du schlank, sexy und schlau bist? Wie werden dich deine Kinder wahrnehmen? Werden die Kleinen unsagbar stolz sein auf ihren Papa bzw. ihre Mama? On top erhältst du ein professionelles Ernährungstagebuch, welches dir hilft, zu erkennen, was dich bisher davon abgehalten hat, deinen Traumkörper zu haben und dein Traumgewicht zu halten. Es gibt jede Menge vermeintliche gesunde Lebensmittel, welche immer wieder als gesund und gut für deinen Körper angepriesen werden, aber in Wirklichkeit dafür sorgen, dass du dich schlapp und energielos fühlst. Genau diese Lebensmittel wird dir dieser Teil des Programms bewusst machen und dir helfen, diese mit besser schmeckenden und gesünderen Alternativen zu ersetzen. Es zeigt dir auch, wie du, wenn du eine kleine Naschkatze bist, so wie ich, gezielt Süßes und Leckeres einsetzen kannst, um deine Fettverbrennung zu aktivieren und beschleunigen, um deinen Körper in eine regelrecht automatische Fettverbrennungsmaschine zu verwandeln, damit dein Körper dann auch jede Menge überschüssiges Fett verbrennt, wenn du auf der Couch sitzt oder schläfst. Dies ist alles, was du benötigst, um völlig ohne Aufwand und ohne das Gefühl auf irgendwas verzichten zu müssen, in den nächsten 60 Tagen ohne Umwege zu deinem Traumgewicht und deinem Traumkörper zu kommen. Bedenke, wie sehr du dir diesen Traumkörper wünschst. Und hier hast du die Möglichkeit, ihn fast ohne Aufwand zu bekommen, denn dies bekommst du nur im 60-Day-Dreambody-Programm, exklusiv, versandkostenfrei nach Hause. Doch was kostet diese effektive und einmalige Programm, welches die Abnehmindustrie in Angst und Schrecken versetzt? Lass mich dir dazu eine Frage stellen. Wie viel ist es dir wert, wenn du morgens munter, energiegeladen und gut gelahnt ausstehst, dich vor dem Spiegel stellst und dort eine lächelnde, glückliche und verdammt gut aussehende Person mit einem straffen Traumkörper siehst, welche von allen Menschen bewundert wird? Was kostet dich eine Jahresmitgliedschaft im Fitnessstudio? Zwölf Monate für nur 20 Euro pro Monat sind 240 Euro. Dazu ein persönlicher Trainer, der dich antreibt und dich quält und dir dafür 50 Euro pro Stunde berechnet. Woche für Woche. Wenn du dies nur drei Monate machst, bist du bei 600 Euro. So sind schnell 840 Euro weg. Oder du gehst den Weg der magischen Abnehmpillen, glaubst diese leeren Versprechungen und fällst darauf rein, dann zahlst du monatlich 60 Euro für die Pillen und dies wahrscheinlich bis ans Ende deines Lebens. Machst du es nur ein Jahr, so sind auch hier 720 Euro weg. Dazu wirst du dich die ganze Zeit quälen, jede Menge Geld verlieren und früher oder später sowieso wieder aufgeben und dann noch frustrierter, noch unzufriedener und unglücklicher sein. Denn solange du diesen Teil deines Gehirns nicht wieder aktiviert hast, wirst du immer gegen Windmühlen kämpfen und nie wirklich abnehmen. So sieht es für die meisten Menschen da draußen aus. Und so ging es dir doch auch schon mehrfach, nicht wahr? Doch, du hast diese Webseite nicht durch Zufall gefunden. Ich glaube, das Universum hat dir das Zeichen gegeben, auf welches du schon seit vielen Jahren wartest. Denn hier hast du die endgültige und einmalige Lösung für dein Problem direkt vor der Nase. Klarer kann man eine Gelegenheit nicht präsentiert bekommen. Und das Beste ist, das 60-Day-Dreambody-Programm kostet dich keine 800 Euro. Es kostet dich auch keine 500. Nein, nicht einmal 300 Euro. Der reguläre Preis für dieses einmalige Programm, welches deine Fettzellen völlig automatisch und wie von Geistern schmelzen lassen wird, indem es die Kraft deines Unterbewusstseins aktiviert, welche schon all unsere Vorfahren automatisch zu athletischen Körpern verholfen hat, beträgt normalerweise 195 Euro. Lass mich dir dazu eine Frage stellen. Wenn alles, was das Programm für dich tun wird, ist, dir das Abnehmen aufwandslos und ohne Verzicht ermöglicht, ist es dann diese Investition wert? Wenn alles, was das Programm für dich tun wird, ist, dafür sorgt, dass du dich wieder pudelwohl fühlst in deinem Körper und jeden Tag die tollsten Komplimente von anderen bekommst, ist es dann diese Investition wert? Wenn alles, was das Programm für dich tun wird, ist, dafür zu sorgen, dass du dich nicht mehr morgens aus dem Bett quälen musst und hoffnungslos fühlst, sondern dass du energiegeladen und gut gelaunt in den Tag startest, ist es dann diese Investition wert? Wenn alles, was dieses Programm für dich tun wird, ist, dass du essen kannst, was dir schmeckt und du naschen darfst und deine Pfunde trotzdem purzeln und du jede Woche die Fortschritte siehst, ist es dann diese Investition wert? Dann ist hier, was ich für dich tun werde. Der Normalpreis beträgt, wie gesagt, 195 Euro und das Programm verkauft sich über meine Hauptwebseite jeden Tag zu diesem Preis. Dies kannst du unter diesem Link sehen. www.60daydreambody.com Doch da du diese Seite nicht zufällig, sondern aus einem ganz bestimmten Grund heute gefunden hast, werde ich dir ein Angebot machen, welches du nicht ablehnen kannst. Mir liegt es am Herzen und es ist meine Lebensvision, dass auch du wieder glücklich und gesund lebst und ich will es wirklich für jeden Menschen nutzbar machen, denn auch du hast verdient, in dem Körper zu leben, der dich gut fühlen lässt. Daher werde ich etwas tun, was ich noch nie getan habe und auch nie wieder tun werde. Ich werde den Preis massiv reduzieren. Ist es so, wenn ich die Kosten für meine Zeit und meinen Aufwand decke und dir das Produkt zum kompletten Selbstkostenpreis gebe? Wenn du heute handelst und jetzt bestellst, dann bekommst du das komplette Programm und noch mehr, nicht für 195 Euro, nicht für 150, nicht für 100 Euro, nein, nicht einmal 50 Euro, sondern zum absoluten Sonderpreis von lediglich 47 Euro. Das hätte es noch nie gegeben und das wird es so schnell nicht wiedergeben und diesen Preis kann ich wirklich nur anbieten, solange diese Seite hier offen ist. Einmal geschlossen wirst du dieses Angebot nicht mehr bekommen. Also tu das einzig Richtige und handele jetzt, indem du dir dein Exemplar des Programms versandkostenfrei zum absoluten Sonderpreis von lediglich 47 Euro sicherst. In wenigen Sekunden, nachdem du auf den Jetzt bestellen Button unter diesem Video geklickt hast, bekommst du von mir die E-Mail mit allen Zugangsdaten, mit denen du sofort starten kannst. Ich kann selbst noch nicht fassen, dass ich es so günstig abgebe. Klicke nun direkt auf den Jetzt bestellen Button und ich warte direkt auf dich im Mitgliederbereich. Ich weiß, was das Programm für dich tun wird, wenn du heute handelst und ich bin so überzeugt davon, dass du meine 100% Keine-Fragen-Geld-Zurück-Garantie dazu bekommst. Solltest du in den nächsten 30 Tagen keine unglaublichen Resultate sehen und absolut begeistert sein, dann erhältst du ohne weiteres dein komplettes Geld zurück. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Du findest meine Kontaktdaten zur Einlösung der Geld-Zurück-Garantie auf jeder meiner Webseiten und auch in der Kaufbestätigung, welche ich dir gleich senden werde. Doch bevor du jetzt spontan handelst und dir dein persönliches Exemplar bestellst, lege ich noch einen unglaublichen Schnellentscheidungs-Boni obendrauf. Als Bonus lege ich dir die Audio-Version für unterwegs im Wert von 97 Euro noch kostenlos obendrauf. So kannst du das Programm nutzen, ohne dir Zeit aus deinem stressigen Alltag freizumachen. Wenn du heute startest, das volle Potenzial deines Gehirns zu nutzen, um deinen Traumkörper zu erhalten, bekommst du von mir ein Jahr E-Mail-Coaching kostenlos hinzu. Ja, das ist richtig. Du kannst mich jede Frage fragen, die dir auf der Zunge brennt. Ich bin persönlich da, um dir zu helfen, denn ich weiß, wie dies dein Leben transformieren wird und wie du dich entwickeln wirst zu der Person, die du schon immer sein wolltest. Du hast das Potenzial in dir und ich werde dir helfen, dieses voll zu nutzen. Dieses Coaching hat einen Wert von über 300 Euro. Zusätzlich bekommst du von mir lebenslange Updates. Sollte irgendetwas Neues entdeckt werden, was noch schnellere und bessere Resultate bringt oder dich in irgendeiner Form unterstützt, wirst du diese kostenlos von mir nachgeliefert bekommen. Diese Updates haben einen Wert von 195 Euro. Und weil so viele begeisterte Kunden danach gefragt haben, bekommst du von mir noch einen 15-Minuten-Workout-Trainings-Plan mit leichten und effektiven Übungen für Turbo-Resultate hinzu. Dieser Plan wurde von Sportprofessor Dr. Rudolf Schubert entwickelt, welcher begeistert von meinem Programm war und er stellt diesen exklusiv zur Verfügung. Diesen brauchst du nicht zwingend, aber er wird deine Ergebnisse noch beschleunigen, solltest du dich dafür entscheiden, auch Sport machen zu wollen. Ein ähnlicher Plan kostet bei einem Fitnesstrainer mindestens 79 Euro. Hier bekommst du ihn kostenlos dazu. Aber nur, wenn du heute direkt handelst. Ebenso gebe ich dir eine vorbereitete Einkaufsliste für fettverbrennende, leckere Lebensmittel im Wert von 39 Euro. Und eine Liste mit fettverbrennenden, leckeren, süßen Snacks für zwischendurch im Wert von 19 Euro mit hinzu. Als weiteren Schnellhandel-Top-Bonus gebe ich dir die Anziehtipps für Männer und Frauen dazu, welche dich im Handumdrehen sofort über 10 Kilo leichter aussehen lassen. Dies allein wird dein Bild für andere Menschen komplett verändern. Allein mit diesem Bonus kannst du auch anderen Menschen extrem helfen und sie werden dich bewundern für die tollen Tipps, welche du ihnen geben kannst. Also, fassen wir noch einmal zusammen. Nachdem du heute gehandelt hast und zugegriffen hast, erhältst du das unglaubliche und von der Abnehmindustrie gehasste 60-Day-Dream-Body-Programm anstatt für reguläre 195 Euro zum Sonderpreis von lediglich 47 Euro. Das sind immerhin über 75% Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Doch dies gilt nur, solange diese Webseite offen ist und du bekommst die Top-Boni wie das E-Mail-Coaching im Wert von 300 Euro, die lebenslangen Updates im Wert von 195 Euro, den 15-Minuten-Workout-Plan im Wert von 79 Euro, die Einkaufslisten und Snacklisten für absolute Turbo-Fettverbrennung bei leckerem Gaumenschmaus im Wert von zusammen 58 Euro, sowie die Audio-Version im Wert von 97 Euro und die unglaublichen Anziehtipps, welche dich sofort 10 Kilo leichter aussehen lassen im Wert von 39 Euro, kostenlos hinzu. Das heißt, du bekommst heute einen Wert von über 866 Euro zum einmaligen, noch nie dagewesenen, super Angebotspreis von lediglich 47 Euro. Das ist weniger als der Mitgliedschaftsbetrag für nur einen Monat in einem durchschnittlichen Fitnessstudio. Doch das Ganze gilt nur, wenn du heute und hier bestellst, solange diese Webseite geöffnet ist. Solltest du zu lange zögern, wird der normale Preis von 195 Euro für dich gelten und die Boni werden nicht Teil des Programms sein. Wie du inzwischen weißt, wird jeder, der dem 60-Day-Dreambody-Programm folgt, automatisch und schnell Resultate im Spiegel sehen. Denn wenn der Fettverbrennungsautomatismus einmal aktiviert ist, arbeitet er automatisch über Nacht an den Problemzonen. Also, entscheide dich jetzt! Teste das Programm kostenlos für 30 Tage und solltest du nicht absolut begeistert sein, so erhältst du ohne Wenn und Aber dein volles Geld zurück. Du bist also voll abgesichert und ich nehme das volle Zufriedenheitsrisiko auf mich. Du findest meine Kontaktdaten zur Einlösung der Geld-Zurück-Garantie auf jeder meiner Webseiten und auch in der Kaufbestätigung, welche ich dir gleich senden werde. Also tu das einzig Richtige und handele jetzt, indem du dir dein Exemplar des Programms Versandkostenfrei zum absoluten Sonderpreis von lediglich 47 Euro sicherst. In wenigen Sekunden, nachdem du auf den Jetzt-Bestellen-Button unter diesem Video geklickt hast, bekommst du von mir die E-Mail mit allen Zugangsdaten, mit denen du sofort starten kannst. Klicke nun direkt auf den Jetzt-Bestellen-Button und ich warte direkt auf dich im Mitgliederbereich. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich das Programm überhaupt noch online lassen kann, denn der Gegenwind der Abnehmindustrie wird von Tag zu Tag stärker. Nutze diese Gelegenheit. Das ist der Tag, auf den du seit Jahren gewartet hast. Hier hast du die einmalige Chance, den vollen Umfang deines Gehirns zu nutzen und den natürlich vorhandenen Automatismus zur Fettverbrennung und zum Schlankbleiben ohne viel Aufwand und Verzicht zu reaktivieren, welcher unseren Vorfahren zu ihren schlanken und leistungsfähigen Körpern verholfen hat. Denn du willst doch nicht weiter als manipulierbarer und willenloser Sklave der Werbeindustrie umherlaufen, richtig? Nutze deine Chance, tu das Richtige und greife jetzt und hier zu. Ich gebe dir das komplette 60-Day-Dream-Body-Programm, inklusive alle Boni im Wert von über 866 Euro, zum absoluten Selbstkostenpreis von nur 47 Euro. Natürlich inklusive der vollen Zufriedenheits- und Geld zurück-Garantie. Wenn du heute handelst, bitte verstehe, dass ich dies morgen nicht mehr tun kann. Wenn du zurückkommst und dich zu spät entschieden hast, so werde ich dir 195 Euro berechnen, denn von irgendwas muss auch ich leben und es wäre den anderen Kunden gegenüber nicht fair, wenn ich nicht zu meinem Wort stehe. Also klicke jetzt völlig risikofrei und mit voller Geld-Zurück-Garantie auf den Jetzt-Bestellen-Button und reaktiviere den Automatismus für Fettverbrennung in deinem Körper. Dein Kampf gegen die Funde und gegen den inneren Schweinehund hat heute und hier ein Ende. Doch nur, wenn du heute zugreifst. Du stehst hier und jetzt vor einer Weggabelung. Du kannst dich entscheiden zwischen dem beschwerlichen Weg mit dauerhaften Kampf gegen deine überflüssigen Funde, der dich über Jahre hinweg unsagbar viel Kraft, Geld, Nerven, deine Gesundheit und auch dein Selbstbewusstsein kosten wird. Oder du gehst den einfachen Weg, profitierst von meinen Forschungen und Entdeckungen und aktivierst deinen Fettverbrennungsautomatismus, bekommst dadurch jede Menge Energie, Gesundheit und Lebensfreude gepaart mit deinem Traumkörper, um dich sehr viele Menschen beneiden werden. Kennst du das Gefühl, wenn du andere, schlanke, schicke Menschen siehst, denen es scheinbar total leicht fällt, ihr Wunschgewicht zu halten, während du dich seit Jahren abkämpfst? Ab heute kannst du einer dieser Menschen sein, denen alles wie von Geistern zufällt und deren Leben so einfach ist. Du bist nur einen Klick und lächerliche 47 Euro davon entfernt. Also tu das einzig Richtige, schlag jetzt zu und beginne heute dein neues Leben. Ich weiß, wenn du es tust, wirst du rückwirkend den heutigen Tag im Kalender markieren und als Geburtstag feiern. Denn heute beginnt dein neues Leben. Kannst du dir vorstellen, welche Auswirkungen dies auf dein ganzes Leben hat, wenn du deine volle Brainpower nutzen kannst und diese unglaublich fitten, gesunden und attraktiven Körper hast, um den dich alle beneiden und dir das extrem leicht fällt und du nie das Gefühl des Verzichts haben musst? Wie viel Lebensfreude wird dir dies geben? Wie wird sich dies auf deine Beziehung auswirken? Welche Vorteile wirst du dadurch haben? Schöne, fitte und gesunde Menschen haben jede Menge Vorteile im Leben und du hast es verdient, diese auch zu genießen. Und das Beste ist, das 60 Daydream Buddy Programm macht dies automatisch und nahezu ohne dein Zutun möglich für dich. Doch die Uhr tickt. Du hast jetzt und hier die Möglichkeit zuzuschlagen in den nächsten Minuten. Danach wird es zu spät sein und du wirst den vollen Preis zahlen müssen. Du weißt, was du jetzt tun willst. Doch bevor du jetzt spontan auf den Jetzt-Bestellen-Button klickst, möchte ich, dass du weißt, dass dies das beste Investment ist, welches du je in deine Gesundheit und dein Selbstbewusstsein investiert hast. Bedenke bitte, wie sehr du dieses Programm haben willst. Denn du weißt, wie sehr es dein Leben revolutionieren wird. Die Frage ist nur noch, bezahlst du morgen die 195 Euro dafür? Oder jetzt und hier den einmaligen Angebotspreis von 47 Euro und bekommst die unglaublichen Boni im Wert von über 866 Euro kostenlos hinzu. Wenn du jetzt zugreifst und Teil der Bewegung wirst, zeigst du der Abnehmindustrie, dass es auch anders geht und du kein Geld mehr zum Fenster rauswerfen wirst. Und du wirst es all den Menschen in deinem Umfeld zeigen, was in dir steckt und dass du es kannst. Werde Teil von einer Gruppe von Menschen, die sich gelöst haben aus der Abhängigkeit, die frei, gesund und glücklich leben, ohne jemals wieder einen Euro ausgeben zu müssen, um sich besser zu fühlen. Wir reden hier nicht nur von einem Weg, um ein paar Pfunde zu verlieren, wir reden hier von einem völlig neuen Lebens- und Selbstwertgefühl. Das Ganze natürlich ohne jegliches Risiko. Teste das Ganze, schau es dir an und solltest du nicht absolut begeistert sein, so kostet dich das Programm keinen Cent und du darfst es sogar behalten. Also tu das einzig Richtige und klicke jetzt auf den Jetzt bestellen-Button und sichere dir damit dein persönliches Exemplar zum Sonderpreis, solange du noch kannst. Du bekommst sofort Zugang zum Programm, denn es ist komplett versandkostenfrei und wird direkt zum Speicher auf deinem Computer geliefert. Zusätzlich bekommst du den Online-Zugang, auf den du ein Leben lang von überall, auch per Handy oder Tablet, PC zugreifen kannst. Also ist es dir den geringen Betrag von 47 Euro wert, wenn du morgens munter, energiegeladen und gutgeladen ausstehst, dich vor den Spiegel stellst und dort eine lächelnde, glückliche und verdammt gutaussehende Person mit einem straffen Traumkörper siehst, welche von allen Menschen bewundert wird? Nachdem du das Programm angewandt hast, wird diese Vision in weniger als zwei Monaten für dich Realität sein. Doch du musst dir bewusst sein, du wirst nie langfristig und ohne massiven Verzicht abnehmen, wenn du den entsprechenden Teil deines Gehirns nicht vorher wieder aktivierst. Jegliche Diät wird deinem Körper gesundheitlich schaden, wenn du gegen die inneren Widerstände ankämpfst. Dein Selbstbewusstsein wird massiv leiden, wenn du weiterhin immer wieder versuchst abzunehmen und es dann doch aufgibst. Doch nur wenn du heute handelst und den versteckten Automatismus in deinem Gehirn aktivierst, welcher dich automatisch zum schlanken, leistungsfähigen, straffen und gesunden Traumkörper führen wird, den du dir schon immer wünschst, wirst du langfristig deinen gewünschten Traumkörper morgens im Spiegel sehen. Das 60-Day-Dream-Body-Programm ist designt worden, damit du genau dies erreichst. Kannst du es dir leisten, dir diese Gelegenheit entgehen zu lassen? Werden dir deine Gesundheit und dein Selbstbewusstsein dies je verzeihen? Riskiere es lieber nicht und werde Teil dieser neuen Bewegung. Lass dich nicht mehr fremdsteuern, sondern lebe das freie, muntere und gesunde, schlanke Leben, welches du verdienst. Ich glaube an dich. Ich weiß, dass du es kannst. Ich sehe dich schon vor mir stehen mit deinem neuen Körper. Mach den ersten Schritt und bestell dir jetzt dein persönliches Exemplar des 60-Day-Dream-Body-Programms und der Rest der Reise zu deinem Traumkörper wird wie von allein gehen. Ich freue mich, dich gleich im Mitgliederbereich auf der anderen Seite zu sehen. Klicke jetzt auf den Jetzt-Bestellen-Button unter dieser Präsentation und wir sehen uns gleich im Mitgliederbereich, wo ich schon mit einer unglaublichen Überraschung auf dich warte. Siehe hier die Resultate von Menschen, denen das 60-Day-Dream-Body-Programm aufwandslos und ohne gefühlten Verzicht zu ihrem Traumkörper verholfen hat. Nutze deine Chance und sichere dir dein persönliches Exemplar zum Sonderpreis. Dieser Sonderpreis gilt nur noch wenige Minuten, solange dieses Video noch läuft. Untertitelung des ZDF, www.sonderpreis.com 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 www.sonderpreis.com